Der Untergang von Groß-Tartarien als wahre Ursache für den raschen Aufstieg der satanischen neuen Weltordnung Teil 4. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Thematisch steht dieses Video unter folgender Fragestellung, nämlich Wie konnte die weltweite Hochkultur von Groß-Tartarien untergehen, beziehungsweise vollständig aus unserem Gedächtnis gelöscht werden? Und diese Frage möchte ich jetzt in diesem Video und auch in den Folgevideos näher beleuchten, beziehungsweise Antworten dafür geben. Noch einmal zur Erinnerung, wenn wir von Groß-Tartarien sprechen, sprechen wir von der Hochkultur schlechthin. Und hier sieht man mal den Einflussbereich von Groß-Tartarien in der Mitte des 15. Jahrhunderts nach Christus. Das heißt, wir sprechen hier im Grunde von der Hochkultur, die im Grunde den gesamten Eurasischen Kontinent, aber eben auch Nordamerika, also im Grunde die gesamte Nordhalbkugel, kulturell, ideologisch, sprachlich beeinflusst hat, geprägt hat, wenn man so möchte. Und diese Hochkultur mit dem Kernland des heutigen Russlands, wenn man so will, ist einfach verschwunden, jedenfalls in der Form, wie es mal vorherrschend war. Natürlich ist das geografisch oder physisch nicht verschwunden im Sinne von, dass das Land nicht mehr da ist, aber die Erinnerung daran an diese Kultur, an die Sprache und auch an das Weltbild, was diese Menschen in sich trugen, das ist verschwunden. Und wurde durch viele andere Zivilisationen, Völker ersetzt in irgendeiner Weise. Und diese Erinnerung an diese Hochkultur, warum konnte die überhaupt verschwinden? Das ist ja die große Frage. Warum haben wir davon nichts gehört? Warum wird natürlich so etwas nicht in der Schule erzählt? Und diese Frage wollen wir uns jetzt mal beantworten. Man muss aber auch verstehen, dass diese alte Weltordnung, nennen wir sie jetzt nochmal so, die alte vedestatarische Weltordnung, im Grunde nicht mit einem großen Knall zu Ende gegangen ist, sondern das Ganze hat sich über einen längeren Zeitraum vollzogen. Das heißt, hier reden wir über eine schrittweise Zerstörung der alten Weltordnung. Und wenn wir da mal von ausgehen, die vorletzte Großkatastrophe, also so etwa im Mittelalter herum, die ja auch die Welt wirklich in den Grundfesten erschüttert hat, oder erschüttert hat, hat natürlich dann auch zu einem Zeitalter der Erholung geführt. Das heißt, nach dieser Großkatastrophe, etwa um 1350 herum, was in den heutigen Geschichtsbüchern als Pestepidemie, für Europa speziell bezeichnet wird, hat dann aber dazu geführt, dass danach es zu einer sogenannten slawischen Eroberung kam, und zwar von Europa, Amerika, Nordafrika und Asien. Das war jetzt keine klassische Eroberung, sondern es war im Grunde eine Besiedlung, eine Kolonisierung, wenn man so möchte. Das heißt, in dieser Zeit, in diesem Zeitfenster nach dieser vorherigen oder vorletzten Großkatastrophe, haben im Grunde die Vorfahren versucht, die weltweite Kultur wiederherzustellen. Das heißt, die Überbleibsel, die wir heute immer noch finden können in Form der sogenannten Neoklassizismus-Architektur, können wir im Grunde ja auf allen Kontinenten, Ausnahme der Antarktis, immer noch bestaunen. Es ging also um den Aufbau der alten Königreiche, die Wiederherstellung der alten Ordnung. Es war aber gleichzeitig auch die Zeit, in der im Grunde die Dunkelmächte immer mehr Fuß fassen konnten, denn wir bewegen uns ja nach wie vor hier in der Swarok-Nacht. Das heißt, der Einfluss auf das Bewusstsein der Menschen war jetzt hier in der Weise, dass die dunkle Seite hier stärker Einfluss finden konnte. Also in dieser Zeit kam es auch zum Aufstieg des Vatikans, der institutionalisierten Religionen. Das heißt, die verschiedenen Religionen, allen voran das Judentum und das Christentum, wurden hier im Grunde erschaffen, um dann im Grunde mit dieser ideologischen Waffe die Menschen der alten Ordnung im Grunde zu beeinflussen. Und dann, vor etwa 200 Jahren, 200, 300 Jahren, gab es dann eine weitere Großkatastrophe in Form einer sogenannten Schlammflut. Also man vermutet, dass es sich irgendwo zwischen 1650 und 1700 nach Christus abgespielt haben muss. Also wir sprechen hier von einer großen technologisch-kulturellen Rückstellung. Das heißt, der Technologiestand, der kulturelle Errungenschaft, die wurden quasi hier wieder, ich will nicht sagen, bis auf Steinzeitniveau runtergehauen, aber es ging natürlich rapide zurück. Und infolge dieser Großkatastrophe hat sich dann ungefähr 100 Jahre später dann noch ein Weltkrieg zugetragen. Ein Weltkrieg um die Zeit etwa 1800, wobei dieser Weltkrieg jetzt nicht auf ein exaktes Jahr genau festgelegt werden kann, sondern es ist ein Krieg gewesen, der sich über Jahrzehnte hingezogen hat. Das heißt also, zwischen 1700 und etwa 1850 wurde dann quasi dieses Großtartarische Weltreich stufenweise zerstört und diese Kämpfe und auch dieser Weltkrieg fanden dann vor allem in Nordamerika statt, in Europa, aber auch in Russland. Was man da zum Beispiel von sehen konnte, war, dass eben in dieser Zeit, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, sehr viele Großstädte, allen voran auch in Amerika, aber eben auch in Europa, menschenleer waren, so gut wie menschenleer. Da muss man sich die Frage stellen, wo waren die Menschen? Katastrophen führen immer dazu, dass nicht nur viele Millionen oder gar Milliarden Menschen zu Tode kommen, sondern dass die Überlebenden im Grunde so geschockt sind, dass sie im Grunde eine Art Amnesie erleiden in Bezug auf das, was davor war. Sie können sich sicherlich noch an das Schockerlebnis des Krieges, der Katastrophe erinnern, aber was davor war, ist dann im Laufe der Zeit über mehrere Generationen wird dann immer mehr zurückgedrängt, sodass den Menschen im Grunde die Verbindung zu den eigenen Wurzeln hier versagt bleibt. Wenn so etwas auftritt, das heißt, wenn eine Kultur ihre eigenen Wurzeln vergisst, ist natürlich Raum für Manipulation da. Das heißt, diese Amnesie, die damals vorherrschend war und im Grunde bis in die heutige Zeit noch vorherrschend ist, wurde dann genutzt, um systematisch die Geschichte, und zwar die Geschichte vor diesem globalen Katastrophenereignis, systematisch zu fälschen, um sich dann im Grunde, und das haben die dunklen Seite ja nun wunderbar hingekriegt, sich dann im Grunde in die Geschichte einzuschreiben in Form einer zum Beispiel 2000-jährigen Geschichte des Vatikan, um dann im Grunde auch bestimmte Machtansprüche in der Gegenwart gelten zu machen. Wir können schon mal also ein erstes Zwischenfazit bereits jetzt sehr früh hier ziehen, und zwar folgendes. Zwei relevante globale Ereignisse definieren unsere heutige Gesellschaft. Ein großes, fast vollständiges Zurücksetzen vor etwa 300 Jahren, und zwar in Form der sogenannten Schlammflut, gefolgt von einer Zeit der zivilen Erneuerung, und ein weiteres Zurücksetzen, welches durch einen planetarischen Krieg um die Ressourcen und die Macht vor allem in der Neuen Welt, also hier reden wir von Nordamerika, und zwar nach der Schlammflutkatastrophe verursacht wurde. Dieser Weltkrieg war nicht kurz, sondern dauerte Jahrzehnte und endete erst um circa 1900, zumindest wenn man auch die Aufräumarbeiten berücksichtigt, in denen die Überreste der alten Königreiche, und wir reden hier von den Königreichen im Raum Indien, Japan, China und eben natürlich im Territorium von Großtartarien, als die zerstört wurden. Als nächstes möchte ich jetzt also mal genauer beleuchten, welche Faktoren denn dazu geführt haben, dass Großtartarien nicht nur territoriell, sondern auch kulturell untergegangen ist. Also wir haben zum einen, das hatte ich schon angedeutet, den sogenannten negativen oder den zunehmenden negativen Einfluss der sogenannten Svarognach, das heißt die Raumzeitqualität hat Einfluss auf das Bewusstsein der Menschen. Und diese Raumzeitqualität verändert sich zyklisch. Das heißt, wir durchlaufen verschiedene, ja, die Vedenreden von Svarog-Tagen und Svarog-Nächten. Aktuell stehen wir am Übergang von einer Svarognacht zu einem neuen Svarog-Tag, das heißt, wir werden jetzt quasi mithilfe des Kosmos und der kosmischen Gesetzmäßigkeiten im Grunde unterstützt in unserer Bewusstwerdung, aber wenn wir gerade in einer Svarognacht uns befinden würden, dann sind wir leichter beeinflussbar. Das heißt, eine leichtere Manipulierbarkeit ist dann möglich infolge eines erhöhten Trennungsbewusstseins innerhalb der menschlichen Gesellschaften. Das wissen die Dunkelmächte sehr genau, deswegen suchen sie sich dann auch immer genau diese Zeitfenster aus, um im Grunde auf bestimmten Planeten, wo sie Interesse dran haben, Fuß zu fassen. Hier kann man das nochmal sehr schön sehen, also ausgehend von der alten Weltordnung, reden wir ruhig mal von einem goldenen Zeitalter des globalen Friedens und der globalen Harmonie, wo die Menschen also in sehr starken Familien und Stammesverbänden gelebt haben, Naturverbunden gelebt haben, aber sich auch bewusst waren, dass sie multidimensionale Wesen sind, dass sie eben nicht nur einen physischen Körper haben, sondern dass sie eben im Grunde unsterbliche Seelen sind, die in physischen Körpern sich befinden, darin inkarniert sind und bestimmte Erfahrungen sammeln. Und dieses Wissen ist dann im Zuge des Einflusses der Svaroknacht mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Das heißt, die Menschen haben im Grunde ihre wahre Natur vergessen und natürlich kommt hier hinzu, dass durch dieses Vergessen auch der Einfluss der Manipulierbarkeit größer wurde und infolgedessen auch dann entsprechend Katastrophen entstanden, die die Menschen weiterhin im Schock gehalten haben, in einer Traumatisierung, die dann auch wiederum den Gedächtnisverlust verstärkt hat und die mental-körperliche Degeneration weiter gefördert hat. Auf diese Art und Weise haben wir uns im Grunde im Laufe von einigen Jahrhunderten, manche sagen auch von einigen Jahrtausenden, mehr und mehr von der Natur entfremdet und das war im Grunde erst die Möglichkeit für die dunkle Seite, ihre Art von Weltordnung, die sogenannte neue Weltordnung zu etablieren. Also die Zeit, in der wir uns jetzt befinden, ist ja quasi das Ende dieser dunklen Zeit, dieses Okkultismus-Zeitalter. Wir befinden uns quasi am Höhepunkt der Technikabhängigkeit, die wir derzeit erleben und gleichzeitig aber auch die Bestrebungen, die Individualität jedes Menschen hier durch den Kollektivdruck zu zerstören, also die Menschen einander anzugleichen, also den Verlust der eigenen Individualität hier zu fördern. Genauso auch die Ausbeutung, Zerstörung der Natur und der natürlichen Ressourcen ist in diesem Zeitalter sehr maßgeblich. Denn zur Erinnerung, die dunklen Seite, die sich hier eben jetzt sehr stark zeigt, ist von ihrer Natur her parasitär. Das heißt, sie sind Parasiten, sie sind kosmische Parasiten, die einfach nur Planeten ausbeuten und das bezieht sich auf die Ressourcen, die Rohstoffe und natürlich auch auf die Menschen, sprich auf die Lebensenergie der beseelten Menschen, die quasi wie kleine Akkus hier herhalten müssen, wie Batterien, die werden ausgelutscht. Und die Menschen, die jetzt unter diesem dunklen Einfluss stehen, sehen im Grunde nur noch das physische, die grobstoffliche Welt und haben keine Vorstellung mehr davon, dass es auch feinstoffliche Wesen gibt, die Einfluss nehmen können, die manipulieren können und dass im Grunde die wesentlichen Ereignisse und Ursachen in dieser feinstofflichen Ebene gesetzt werden und wir die Auswirkungen dann im Grunde nur auf der grobstofflichen Ebene erleben dürfen. Und dieses Wissen ist im Grunde dann komplett der allgemeinen Bevölkerung quasi entzogen. Das ist also erstmal der erste große wichtige Einflussfaktor, nämlich die Swarok-Nacht. Dann kommt ein Prinzip hinzu oder man könnte sagen auch eine psychologische Technologie und zwar die Anwendung des Spaltungsprinzips Teile, Hetze gegeneinander und beherrsche. Also wir reden hier von der sogenannten ideologischen Beeinflussung durch neue religiöse Kult, allen voran das Judentum und das Christentum, um letztendlich damit bedingt eine sogenannte Elite-Masse-Gesellschaft aufzubauen. Wir haben also eine auserwählte kleine Elite und wir haben eine große Masse, die quasi wie eine Schafsherde beherrscht oder kontrolliert werden soll durch diese auserwählte Elite. Das heißt, es geht hier also um den schrittweisen Aufbau einer pyramidar-hierarchischen Elite-Masse-Gesellschaft. Kennt man ja überall auf dem Ein-Dollar-Schein finden wir ja die Ein-Dollar-Pyramide. Es ist aber auch eine stille Unterwanderung gesellschaftlich wichtiger Macht- und Schlüsselpositionen und zwar durch den Einsatz von gentechnisch erzeugten Klonen und Hybriden oder auch sogenannte Mind-Control-Sklaven. Also im Grunde die ganze Führungsklicke, die wir heute in der Politik wiederfinden können, sind im Grunde alles Mind-Control-Sklaven, die unter entsprechenden Traumatisierungen stehen, vielleicht sogar Drogeneinflüssen stehen und entsprechend programmiert wurden, sodass sie im Sinne ihrer Auftraggeber hier Entscheidungen treffen. Was aber noch ganz wichtig ist, um tatsächlich auch hier Erfolg zu haben, ist die Einführung eines zentral kontrollierten Bank- und Geldsystems und zwar ein Schuldgeldsystem mit Zins- und Zinseszins. Das ist wichtig, denn dieses ist, sage ich mal, das stärkste Kontrollwerkzeug überhaupt. Und hier möchte ich dir mal zeigen, wie man sich das vorzustellen hat, also die Anwendung dieses satanischen Spaltungsprinzips. Hier siehst du eine Karte von Europa, als es noch mehr oder weniger ein einheitlicher Sprach- und Kulturraum war, wo also die vedisch-satarische Hochkultur herrschte. Natürlich geht das dann auch weiter Richtung Osten, also sprich Gesamtasien, gehört ja mit dazu. Und als dann die ideologische Beeinflussung kam, wurde dann im Grunde dieser europäische Brückenkopf von diesem gesamteurasischen Kontinent abgespalten und zwar in der Weise, dass man künstlich neue Sprachen eingeführt hat, also im Grunde Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch sind im Grunde alles Kunstsprachen, die in den Klöstern entstanden sind. Und so hat man dann geografisch bestimmte Territorien abgegrenzt und die Menschen in diesen Gebieten über mehrere Generationen einfach mit einer anderen Sprache versorgt, sodass sie sich dann im Grunde mit ihren Nachbarn, mit denen sie ja auch noch verwandt waren vielleicht, nicht mehr verständigen konnten. Und auf diese Art und Weise hat man dann nach und nach ideologisch die Menschen voneinander getrennt. Und man hat dann aber im Grunde auch dafür gesorgt, dass verschiedenste Bezeichnungen hier eingeführt wurden, Germanen, Kelten, Slaven, Sküten und dass es ein ewiges Wirrwarr, sodass man im Grunde überhaupt nicht mehr wusste, wer zu wem gehört, weil im Grunde dieses Verständnis, dass man im Grunde, dass alle weißen Menschen mehr oder weniger miteinander verwandt waren oder verwandt sind, hier verloren gegangen ist. Das heißt, auf diese Art und Weise konnte vor allen Dingen Europa schrittweise von diesem eurasischen Großraum, von Groß Tartarien nach und nach abgespalten werden. Und hierzu kam eben dann auch noch der Einfluss der Religionen, ja, ganz wichtiges Thema. Also das sind sozusagen, wenn man sieht, dass so vorgegangen wird, dann spricht das im Grunde natürlich ganz klar für die Sprache der satanischen Spaltungstechnologie. Ja, so wird vorgegangen. Das ist eine Salami-Taktik, die sich über Jahre, Jahrzehnte, vielleicht sogar Jahrhunderte abspielt, aber es wird immer ein langfristiges Ziel verfolgt. So. Und auf diese Art und Weise verlieren die Menschen so nach und nach ihre Verbindung zu ihren eigenen Wurzeln und natürlich auch zueinander. So, und dann haben wir noch die dritte große, großen Einflussfaktor und das ist die direkte Chaos-Erzeugung durch Schaffung von künstlichen, globalen, wie auch lokalen Naturkatastrophen und Kriegen. Und zwar mit sehr, sehr fortschrittlichen Waffensystemen. Hier geht es also wirklich ganz plump darum, erstmal die alte Weltordnung physisch zu vernichten. Das betrifft also Bauwerke, Technologien, Schriften, Kulturgüter, aber vor allen Dingen auch die Menschen selbst, das heißt die intellektuelle Elite. Also geht es vor allen Dingen darum, wenn man Länder erobert oder Chaos stiftet, dass man im Grunde die Träger der sogenannten Alpha-Gene, das heißt in diesem Fall die vedisch-satarische Elite, physisch vernichtet. Darüber wird auch in der Bibel mehrfach geschrieben. Also gerade in den Persien wurde in einer Nacht wurden über 76.000 Menschen umgebracht zur damaligen Landeselite zählten. Und damit hat man im Grunde dieses Land kopflos gemacht. Das ist wie ein Enthauptungsschlag. Und das wird nach wie vor natürlich praktisiert. Und diejenigen, die diese Chaos-Erzeugung oder die Kriege, die entstanden sind, überlebt haben, die sind natürlich erstmal traumatisiert. Und traumatisierte Menschen verlieren ihr Gedächtnis. Also erleiden eine kollektive Amnesie. Und wenn man das erreicht hat, wenn die eigentlichen Wissensträger, und das hat man zum Beispiel auch im Rahmen der Inquisition ja ganz heftig über Jahrhunderte betrieben, also die Druiden und die Hexen verbrannt und verfolgt, es war nichts anderes. Wenn man dann im Grunde das Wissen dem einfachen Volk entzogen hat, weil man die entsprechenden intellektuellen Eliten physisch vernichtet hat, dann kann man anfangen, dem Volk, die ja traumatisiert sind und damit im Grunde auch in so einer Art kindlichen Entwicklungsstand hängengeblieben sind, kann man dann anfangen, neues Wissen zu präsentieren. Das heißt, man kontrolliert dann im Grunde das, was man den Menschen als Wissen zur Verfügung stellt. Man kontrolliert aber auch die Art der Technologie, die eingeführt wird und man führt dann Technologien ein, die vor allen Dingen monopolisierbar sind. Also Monopole werden gegründet oder Kartelle, wo es dann um das Thema Öl, Gas, Kohle, Strom geht. Und letztendlich natürlich auch ein Wissensmonopol, dass man also vorgibt, was die Menschen zu lernen haben in den entsprechenden Bildungseinrichtungen. Und gleichzeitig sollte man natürlich dann auch das, was wirklich geschehen ist, am besten komplett verschweigen. Und wenn man es nicht komplett verschweigen kann, dann muss man die Ereignisse entsprechend verfälschen, verzehren oder irgendwie umschreiben, sodass nicht sofort Verdacht geschöpft wird. Und das ist genau das, was auch passiert ist. Und jetzt wollen wir uns mal ein bisschen genauer anschauen, mit welchen Arten von Kriegswaffen hier gekämpft wurde. Also welche zwei Arten von Kriegswaffen kamen im Kampf gegen Groß-Tartarien zum Einsatz. Und ich kann dir jetzt schon sagen, diese zwei Arten, grundsätzlichen zwei Arten von Kriegswaffen, werden auch heute immer noch benutzt. Jeden Tag. Es handelt sich nämlich einmal um die große Kategorie der sogenannten materiellen Waffen. Materielle Waffen, als Beispiel findest du die klassischen Vernichtungswaffen, wie Flugzeuge, Panzer, Raketen, Schiffe, ja, und auch etwas fortschrittliche Waffensysteme, die letztendlich aber nur ein Ziel haben, nämlich Menschen, biologisches Leben, aber auch materielle Strukturen komplett zu zerstören, einfach physisch zu vernichten, zu zerstören, zu pulverisieren. Dann haben wir sogenannte Genozidwaffen. Genozidwaffen sind Waffen, die im Grunde ein ganzes Volk schwächen. Und zwar nicht jetzt innerhalb von wenigen Minuten oder Stunden, sondern über Jahre oder gar mehrere Generationen. Das heißt, hier geht es um das Thema Alkohol, Drogen, Gentechnik, aber eben auch Speisezusätze und Gifte, die man in geringen Dosen verabreicht, um damit im Grunde über mehrere Generationen bestimmte Menschengruppierungen zu schwächen. Das heißt, Bekämpfung nicht nur der Lebenden, sondern eben auch der zukünftigen Generationen, die auch gar nicht geboren sind. Wenn man nämlich auf diese Art und Weise es schafft, die Menschen zu kastrieren oder zu sterilisieren, dann wird ja kein Nachwuchs mehr in die Welt gesetzt und auf diese Art und Weise wird der Feind, der vermeintliche Feind im Grunde auch geschwächt. Und eine dritte materielle Waffe ist die Einführung der sogenannten Lohn- und Schuldgeldsklaverei. Das heißt, über die Ökonomie und über die Einführung des kapitalistischen Systems, also es geht hier um die Mittel der wirtschaftlichen Vernichtung, wo man eben den Reichtum oder man könnte auch sagen die Arbeitsleistung der Menschen so umverteilt, dass man sie nur noch ausbeutet. Es ist ein Ausbeutersystem. Es ist eine Umverteilung von fleißig zu reich und gleichzeitig wird den Menschen aber auch Energie geraubt. Und diese materiellen Waffen haben die Eigenschaft, dass sie in ihrer Schnelligkeit, also man kann damit sehr schnell was erreichen. Das Problem ist nur, das Ganze ist da nicht von Dauer. Das heißt, die Stärke dieser Waffen ist in dieser Hinsicht niedrig. Das heißt, sobald man diese Waffen nicht mehr einsetzt, sobald man die Menschen in Ruhe lässt, werden sie sich wieder auf das Alte besinnen. Deswegen braucht man noch eine zweite Art von Waffe und das sind die sogenannten Informationswaffen. Die Informationswaffen sind in ihrer Wirksamkeit, sage ich mal, zumindest was schnelle Ergebnisse anbelangt, sehr niedrig, aber steter Tropfen. Wenn man sie regelmäßig und kontinuierlich einsetzt, sind sie sehr wirksam. Denn wenn man es schafft, ein oder maximal zwei Generationen in einem neuen Bewusstsein zu erziehen, ist es ein Selbstgänger. Das heißt, die einmal Manipulierten manipulieren dann ihre Kinder und die wiederum ihre Enkel und so geht das immer weiter. Und hier setzen wir also Religionen ganz bewusst ein, verschiedene Ideologien, die man im Grunde auch wieder nutzt, um einheitliche Sprache und Kulturräume künstlich zu spalten, um die Menschen dann wieder im Grunde gegeneinander aufzuhetzen und dass sie merken, dass sie letztendlich von der einen und derselben Quelle manipuliert werden. Das heißt, hier wird ganz direkt und sehr subtil das Bewusstsein der Menschen bearbeitet. Und damit die Menschen sich nicht an die Heldentaten ihrer Vorfahren erinnern können, muss man natürlich auch die Geschichte, also sprich die Chronologie, in die Vergangenheit hin fälschen, was ja auch im großen Stil gemacht wurde. Dass man im Grunde kein Andenken mehr an die eigenen Ahnen und Vorfahren hat, sondern dass man einfach sagt, wir sind von irgendwelchen affenähnlichen Wesen, haben wir uns entwickelt. Dadurch sind wir heute auf dem Höchststand, bilden uns auch irgendwas drauf ein. Aber letztendlich ist es ja komplett da Unsinn und es ist genau andersherum. Wir befinden uns heute, was die Biologie und das Bewusstseinsniveau der Menschen anbelangt, auf einem sehr, sehr niedrigen Niveau. Und man verändert auch die Weltanschauung, auch sehr subtil, indem man zum Beispiel Dinge wie feinstoffliche Wesen oder auch andere Dimensionen komplett aus den Unterrichtsplänen verbannt, um damit im Grunde den Menschen ein rein materialistisches Weltbild vermittelt, ein materialistisch-atheistisches Weltbild, in dem auch der liebe Gott keinen Platz mehr hat, wo im Grunde nur noch der Zufall regiert und das Chaos. Und das nennt sich dann moderne Naturwissenschaft. Das ist das, was wir heute haben. Also eine völlig entgeistigte und gottlose Betrachtung der grobstofflichen Welt. Und auf die Art und Weise, wenn man diese Waffen geschickt miteinander kombiniert, kann man tatsächlich Kriege gewinnen oder wichtige Schlachten entscheiden. Das heißt also, mit den Informationswaffen machen wir über mehrere Generationen eine systematische Umerziehung und vor allen Dingen dann ist es gut möglich, wenn die Menschen davor einen kollektiven Gedächtnisverlust erlitten haben, infolge der Traumatisierung durch den Einsatz von materiellen Waffen. Das heißt also, die Kriegstaktik der satanischen Dunkelmächte ist im Grunde sehr einfach, aber sehr wirkungsvoll. Wenn wir also eine alte Weltordnung haben, wie zum Beispiel die von Groß-Tartarien, dann muss man im Grunde als erstes erstmal materielle Waffen einsetzen, sprich vernichten. Physisch einfach bestimmte Regionen verwüsten, Städte verwüsten. Ja, da kann man also auch sehr moderne Waffen einsetzen, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Auf jeden Fall Chaos stiften, Unruhe stiften, sodass die Menschen erstmal in Angst und Strecken sich befinden. Ja, weil man, was erreicht man damit? Man erschafft ausgehend von einer alten Ordnung, einer alten Struktur, die auch stabil ist, erschafft man durch den Einsatz von Vernichtungswaffen einen labilen Übergangszustand. Das heißt, in dem Moment, wo man die alten Strukturen zerstört, aufbricht, entsteht Chaos und Zerstörung, auch eben durch Naturkatastrophen. Und dann ist es ganz entscheidend, diesen labilen Übergangszustand für sich zu nutzen, indem man dann die überlebenden Menschen mit den entsprechenden Informationswaffen bearbeitet, um sie auf diese Art und Weise dann in eine neue Denkweise und damit im Grunde auch in eine neue Weltsicht oder Weltordnung überzuführen. Und genau so wurde vorgegangen. Man hat also das Alte mit großem Aufwand physisch vernichtet oder zumindest in einen chaotischen Zustand gebracht. Komplett vernichtet hat man es nicht. Es gibt genügend Hinweise, die ich dir gleich zeigen werde. Aber man hat im Grunde die alte Struktur erst mal aufgebrochen und die Überlebende hat man dann so lange ideologisch bearbeitet, bis sie im Grunde diese neue Sichtweise verinnerlicht haben. Also diese Sklavenmentalität, könnte man sagen. Und jetzt schauen wir uns mal an, was denn in alten Schriften und vor allen Dingen in den sogenannten Santjaveden von Perun über die Kriegstaktik der Dunkelmächte steht. Ich will damit nämlich nur zeigen, dass diese Art von Kriegstaktik den lichten Kräften sehr wohl bekannt ist. Da steht dann folgendes. Mehrere Lebenskreise wird Midgard Erde auf dem Swarok-Weg gehen und die Menschenkinder werden den Göttern wieder Burgen und Tempel bauen. Also im Grunde ist das sozusagen die das Zeitalter der Erneuerung nach irgendeiner Katastrophe. Also werden Tempel bauen, an die sie sich noch erinnern. Gerechtes und glückliches Leben wird zu den Ländern der großen Rasse zurückkehren. Die fremdländischen Priester aber vom Tempel des goldenen Stiers und die Priester des getöteten großen Wanderers Jesus Christus werden diesen Frieden und diese Harmonie vernichten wollen, weil diese Priester von den Früchten fremder Arbeit leben. Also man sieht hier schon mal ganz klar, es geht hier um den Gott Mammon, also um das goldene Kalb. Es geht hier aber auch um das Thema Parasitismus, also von den Früchten fremder Arbeit leben. Das ist parasitäre Sichtweise. Und werden die fremdländischen Priester in die Länder der großen Rasse kommen, aussehend wie Händler und Erzähler, werden sie verlogene Legenden bringen und den Menschen der großen Rasse, die das Böse und die Täuschung nicht kennen, ein ungerechtes Leben bringen. Und viele Menschen werden verführt, wenn sie ins Netz der Schmeicheleien und der Täuschung geraten und sie werden die Pravi-Welt, also die Welt der Götter, gegen neun Laster tauschen. Und zwar Unzucht, Lügen, Eigenliebe, also Egoismus, Geistlosigkeit, also Atheismus, Pflichtlosigkeit, Unkenntnis oder Unwissenheit, Unentschiedenheit oder Unentschlossenheit, Faulheit und Völlerei, also reine Leibbefriedigung, Sinnesbefriedigung. Das heißt also, man geht hier quasi den Weg in die Degeneration, sowohl körperlich als auch geistig. Viele Menschen werden den heiligen Glauben ihrer Ahnen verleugnen und werden den fremdländischen Priestern lauschen, deren Worte falsche Wahrheiten sind und die Menschenkinder vom Weg der Lichtmächte ablenken. Die Zeiten des Blutes und der Brüdermorde werden die fremdländischen Priester zu Weiten der Länder, der Großstämme, der großen Rasse bringen und sie werden anfangen, die Menschen zu ihrem eigenen Glauben zu bekehren. Das ist im Grunde der Einfluss dieser neuen Ideologie oder dieser religiösen Spaltungstechnologie, also Stichwort die biblische Konzeption der gesellschaftlichen Steuerung in Form, dass wir die Gesellschaft spalten in eine Gruppierung der Auserwählten und eine Gruppierung, eine viel größere Gruppierung der Sklaven, die einfach nur gehorchen sollen oder die Schafe, wie man es nennen möchte. Das wird hier im Grunde beschrieben. Die Menschen der großen Rasse werden den fremdländischen Priestern, fremden Göttern und dem Gott der Dunkelheit dienen, also Satan, und um Hilfe fragen und die Priester des ermordeten Wanderers, wieder Jesus Christus, werden sie mit falschem Eifer trösten und so werden sie ihre Seelen stehlen und auch die Reichtümer der Menschenkinder. Sie werden die Menschen der großen Rasse als die Sklaven Gottes erklären, den sie selbst umgebracht haben. Sie werden erzählen, dass Leiden das Heil oder der Segen sei und nur die Leidenden Gott erkennen können. Das heißt also, man nimmt im Grunde wieder diese Sklavenmentalität dann an, indem man sich knechten lässt. Und das ist ja natürlich das, was wir durch das Christentum im Grunde jetzt in den letzten paar Jahrhunderten sehr schön erleben durften. Für sieben Lebensrunden und eine Lebensrunde war bei den Veden im Grunde 144 Jahre, also sieben Lebensrunden entsprechen hier 1008 Jahre, wird die Dunkelheit die Länder der Großstämme der großen Rasse einhören. Im Übrigen ist das auch die Zeitspanne der letzten Swarok-Nacht, also 1008 Jahre. Viele Menschen werden durch Metall, also man könnte sagen durch das Schwert und das Feuer sterben. Schwere Zeiten werden kommen für die Völker der Midgard-Erde. Der Bruder wird sich gegen den Bruder stellen, der Sohn gegen den Vater. Das Blut wird wie in Flüssen fließen. Mütter werden ihre ungeborenen Kinder töten, also das sogenannte Thema der Abtreibungen. Hunger und geistige Lehre werden viele Köpfe der Menschen der großen Rasse benebeln und sie werden den Glauben an Gerechtigkeit verlieren. Also im Grunde gerade so zum Ende einer Swarok-Nacht, deswegen im 20. Jahrhundert konnten wir es ja sehen in Formen des Ersten und Zweiten Weltkrieges, die ja thematisch zusammengehören, waren die Menschen im Grunde auf einem sehr niedrigen Niveau in ihrem Bewusstsein und haben sich im Grunde gegenseitig abgeschlachtet, genauso wie es vorhergesagt wurde. Man muss wissen, die Santia-Veden wurden überliefert vor etwa 40.000 Jahren, schätzt man. Das heißt, hier sind also Ereignisse niedergeschrieben, die im Grunde erst vor wenigen Jahrzehnten stattgefunden haben. Die wurden aber schon vor über 40.000 Jahren den damaligen Veden mitgeteilt. Die Dunkelmächte werden all ihre Kraft dafür einsetzen, dass das heilige Feuer vor den Ikonen der Götter und Helden und euren heiligweisen Ahnen niemals wieder aufleuchtet. Die Fremdländer werden ein Volk gegen das andere hetzen und sie zum Krieg aufrufen, sodass sie sich gegenseitig vernichten für den Besitz von irdischen Reichtümern. Ja, das ist genau das, was wir heute haben. Heute kämpft man an Ressourcen, Rohstoffe und natürlich auch Macht. Diese Reichtümer aber werden nach dem Kriegsende immer in die Hände der Fremdländer gelangen. Das verstehen ja viele im Bereich der Eliten nicht, dass sie am Ende genauso geopfert werden, wenn sie ihren Auftrag erfüllt haben. Jetzt kommt eine wichtige Frage, nämlich welche Hauptfraktion kämpften im Weltkrieg von 1800 vermutlich gegeneinander? Also wer ist hier gegeneinander angetreten? Und dazu muss man Folgendes verstehen. Im Grunde ist die Erde ein sehr begehrter Platz im Universum. Das heißt, hier finden im Grunde einerseits offene Kämpfe, aber andererseits auch Stellvertreterkämpfe statt zwischen verschiedenen rivalisierenden außerirdischen, aber auch innerirdischen Gruppierungen statt. Da haben wir also einmal die größte Fraktion, die sogenannten Nordics. Also Nordics deswegen, weil sie eher so dem nordischen Menschentypus entsprechen, also blond, blauäugig, grünäugig, also diesem slawisch-arischen Menschentyp. Man könnte auch dazu sagen Weden oder ich nenne es hier Tataren. Dazu gehören aber auch einige innerirdische Gruppierungen. Und wir Deutsche sind wahrscheinlich Nachfahren auch davon, von diesen sogenannten Agatianern, also bestimmten innerirdischen Gruppierungen. Und dann gibt es noch zwei weitere große Gruppierungen, nämlich die sogenannten Draconia oder Reptiloiden. Auch da gibt es unterschiedliche Gruppierungen. Und die sogenannten Präalamiten, das sind Langschädelriesen. Und diese drei Hauptgruppierungen, es gibt natürlich noch weitere, was weiß ich, irgendwelche Grays oder Insektoide. Ja, die habe ich jetzt jedes Mal bewusst ausgegrenzt, weil die letztendlich dann doch wieder mit einer dieser Agenda irgendwie zusammenhängen. Diese Gruppierungen stehen jetzt hier quasi in einem mehr oder weniger über viele Jahrtausende andauernden Langzeitkonflikt. Man kann aber auch schon sehr klar sagen, dass diese beiden Gruppierungen, die Draconia und die Präalamiten, im Grunde diesem satanischen Prinzip angehören. Also was ja letztendlich dann auch um die Verehrung der sogenannten KI, der künstliche Intelligenz geht. Ist jetzt nicht das Thema, aber dass nochmal der Bezug auch hier nochmal genannt ist. Und diese Gruppierungen führen also hier auf der Erde Stellvertreterkriege. Das heißt, wir haben es hier mit einer langen Geschichte von Konflikten zu tun, die durch den Einsatz menschlicher Stellvertreter, das können eben auch Hybride sein. Das heißt, dass also auch die verschiedenen Gruppierungen natürlich ihre Gene hier breit gestreut haben, um damit im Grunde auch Einfluss zu nehmen. Es finden ja letztendlich auch genetische Experimente hier auf der Erde statt. Die Erde ist ja im Grunde wie ein großes Labor. Und die verschiedenen Gruppierungen verfolgen verschiedene Agenden. Und jeder hat sozusagen seine eigene Agenda. Und entsprechend stehen diese Gruppierungen natürlich dann auch in gewisser Weise miteinander im Wettstreit oder auch in einem direkten Konflikt, der dann aber eben auch in irgendwelchen globalen Kriegen münden kann. Also wir reden jetzt im Grunde von diesem Weltkrieg gegen die Tartaren oder gegen die Veden. So, und da gibt es in gewisser Weise mehrere Gegner, die aber letztendlich dann doch wieder auf einer Seite stehen und sich dann gegen die Tartaren oder die Vetrussen stellen. Die Tartaren als ursprünglich Erbauer der weltweiten Architektur im Neoklassizismus-Stil waren der wahre Feind im Weltkrieg von 1800, der später aber in der offiziellen, also das heißt gefälschten Geschichte, komplett ausgelassen wurde. Also das heißt, über die Tartaren verliert man dort kein einziges Wort. Stattdessen finden wir in der offiziellen Geschichte nur indirekte Hinweise auf dieses im 19. Jahrhundert global verheerende Weltkriegsereignis in Form von lokalen Überschwemmungen, Erdbeben, diversen Unabhängigkeitskriegen kleineren Ausmaßes und die industrielle Revolution, die gleichzeitig mit dem großen Wiederaufbau Bemühungen nach den unzähligen Städtebränden stattfand. Das heißt, diverse Ereignisse, die vor allen Dingen im 19. Jahrhundert stattfanden, werden jetzt nicht in einen Kontext gebracht, dass es alles irgendwie zusammenhängt, sondern sie werden getrennt voneinander betrachtet. Nicht nur thematisch, sondern auch was die Lokalität anbelangt. Also Ereignisse, die in Amerika stattgefunden haben, werden jetzt nicht in einen Sinnzusammenhang gebracht mit Ereignissen, die vielleicht zeitgleich in Europa stattgefunden haben oder gar in Russland oder in anderen Teilen der Welt. Der erste US-Unabhängigkeitskrieg, also zwischen 1775 und 1883, waren wichtige Jahre, war höchstwahrscheinlich kein Krieg zwischen den USA und Großbritannien, wie es immer in den Geschichtsbüchern steht, sondern es war ein Krieg zwischen den USA und Großbritannien auf der einen Seite und den ursprünglichen Bewohner Nordamerikas auf der anderen Seite. Und die ursprünglichen Bewohner Nordamerikas waren im Grunde die US-Tataren, nennen wir sie jetzt mal so. Und in den Geschichtsbüchern finden wir da zum Beispiel die Bezeichnung Indianer für. So hat man im Grunde diesen Begriff der Tataren, der weißen Menschen, hier komplett verschwiegen, indem man gesagt hat, das waren die Indianer. Natürlich haben dort auch Indianer gelebt, keine Frage, aber es haben auch ganz viele Weiße dort gelebt. So, und im Rahmen dieses Weltkrieges ist Europa schließlich als Sieger am Ende des 19. Jahrhunderts aus diesem Kampf, aus diesem Dauerkonflikt, der sich über Jahrzehnte hinzog, als Sieger hervorgegangen. Ja, und jetzt wird es spannend. Denn welche Hinweise gibt es auf diesen stattgefundenen, aber verschwiegenen Weltkrieg von 1800? Gucken wir uns das mal an. Wenn solche Kriege in so einem globalen Ausmaß stattfinden, dann gibt es natürlich auch entsprechende Spuren. Denn wie schafft man es bitte schön, eine global agierende Hochkultur physisch zu vernichten? Ja, was das für Waffensysteme waren, gucken wir uns gleich noch an. Aber natürlich findet man entsprechende Überbleibsel von den Kampfhandlungen. Da haben wir zum Beispiel das große Thema Wüsten. Und zwar Wüstenbildung. Wüsten sind im Grunde immer Folgen von irgendwelchen kriegerischen Auseinandersetzungen. Denn die Wüsten auf einem Planeten sind keine natürliche Erscheinung. Normalerweise ist die Vegetation oder die Oberflächenbeschaffenheit eines Planeten, so wie wir es ja auf der Erde haben, ist das Pflanzenbewuchs oder auch Wald. Aber wir haben riesige Wüstengebiete, allen voran die Sahara, aber auch in Nordamerika, im Nahen Osten und in Zentralasien. Und wir finden dort einerseits Gebiete, wo der Sand geschmolzen ist, verglast ist, was nur durch extreme Temperatur von mehreren tausend Grad möglich ist. Und wir finden auch diverse Städtereste. Man findet zum Beispiel in der Sahara und auch in Nordamerika, dank Google Earth, kann man dort Spuren von Städten finden, mitten in der Wüste. Großstädte, wenn man so möchte. Und es gibt alte Karten, die auch zeigen, dass es dort etliche Städte gegeben haben muss, in dieser Region, die heute im Grunde nur eine Wüste ausmacht. Da kann man sich auch überlegen, wie viele Millionen oder gar Milliarden Menschen da gelebt haben könnten oder müssten. Die Gebiete jedenfalls sind riesig. Dann haben wir das Thema Schlammflutkatastrophe. Hier geht es also um die weltweit versunkenen Gebäude des Neoklassizismus mit den falschen Kellern. Da werde ich noch ein bisschen mehr gleich zu machen, beziehungsweise in einem weiteren Teil. Also das finden wir weltweit, also muss es hier auch eine weltweite Katastrophe gegeben haben. Wir finden auch Hinweise in verschiedenen sogenannten Ruinenbildern. Ein bekannter Vertreter, der im Grunde wie ein lebender Zeitzeuge im Grunde nach der Katastrophe dann die Überbleibsel gezeichnet hat, war Giovanni Battista Piranesi. Es gab aber auch andere Künstler. Zeige ich gleich nochmal Bilder dazu. Dann haben wir 1816 etwas erlebt, was sehr eigenartig ist und spricht in der offiziellen Geschichte vom Jahr ohne Sommer, bezogen vor allen Dingen auf die Nordhalbkugel, also Europa und den USA. Wir haben es hier mit einer Klimaabkühlung zu tun. Und die Frage ist natürlich, wodurch ist das zustande gekommen? Die herkömmliche Auffassung sagt, naja, es könnte ein Vulkanausbruch irgendwo in Indonesien gewesen sein, der im Grunde dann so viel Staub in die Atmosphäre geblasen hat, dass das Sonnenlicht nicht mehr durchkam und dadurch es zu einer Abkühlung kam. Kann sein. Man könnte aber auch sagen, vielleicht ist dieser Vulkanausbruch nur die Folge von Kriegshandlungen gewesen mit entsprechend hochmodernen Wetterwaffen. Oder wir haben so eine Art atomaren Krieg auf der Nordhalbkugel erlebt, der dann im Grunde auch zu einem entsprechend atomaren Winter geführt hat. Dann haben wir aber auch im 19. Jahrhundert unzählige mysteriöse Brände vieler US-Großstädte. Wir haben menschenleere Großstädte, und zwar weltweit, auch etwa um 1850 bis 1870. Dann haben wir sogenannte Karstseen, Kreissseen oder auch sogenannte Meteoritengrade, auch vor allen Dingen auf der Nordhalbkugel. Zeige ich gleich noch was zu. Wir haben in Sibirien Bäume, die nicht älter als 200 Jahre sind. Und wir finden auch weltweit sogenannte Höhlenhäuser, also wo Menschen in Höhlen leben. Und auch da muss man sich wieder die Frage stellen, ja, wie kann sowas sein? Jetzt zeige ich mal ein paar Bilder. Also hier sieht man mal diese Ruinenbilder. Ganz klassisch natürlich der Baustil mit Säulen, Pyramiden und so weiter. Also was man so kennt, klassische Megalitbauten. Man würde das eher so auf die griechische oder römische Antike irgendwie zurückdatieren wollen. Nur man muss verstehen, dass dieser Künstler im 18. Jahrhundert etwa gelebt hat. Und im Grunde, wenn man dann auch die Menschen sieht, die man hier auf den Bildern sehen kann, dann können das nicht die Erbauer gewesen sein. Das sind meistens irgendwelche Hirten oder irgendwelche Bauern gewesen. Aber das waren nicht die Menschen, die in der Lage gewesen wären, sowas zu bauen. Das heißt also, die eigentlichen Erbauer, die sind hier gar nicht mehr vorhanden. Und es muss etwas passiert sein. Das kann man an diesen ganzen Bildern, es gibt unzählige davon, kann man sehen, dass es also sehr viele Zerstörungen gibt und dass auch diese Gebäude nicht mehr gewartet werden. Das heißt, sie sind schon überwuchert mit Pflanzen und irgendwelchen Gestrüpp. Das heißt, sie sind schon seit vielleicht Jahrzehnten verlassen und wurden entsprechend also nicht mehr gepflegt. Also es sind irgendwie Überbleibsel und das findet man also im großen Stil. Dann das Thema der versunkenen Gebäude. Hier möchte ich nur zwei Bilder zeigen. Einmal sehr eindrucksvolles Bild Paris. Also wenn man in Paris gräbt, das hat man hier in den 70er Jahren, 1970er Jahren gemacht, dann findet man im Grunde unterhalb des jetzigen Parises ein komplett zweites Paris. Das heißt, hier sieht man auch Säulen und Stockwerke, die sich alle im Grunde unter dem derzeitigen Erdoberflächenniveau befinden. Das Gleiche finden wir auch in Russland, zum Beispiel in Oms. Auch da hat man Gebäude ausgegraben. Und da sieht man ja sehr schön, dass der erste Stock oder sagen wir mal so, vor der Ausgrabung war das das Erdgeschoss. Das ist aber wahrscheinlich der erste Stock gewesen. Und der eigentliche Keller ist im Grunde das Erdgeschoss gewesen. Und es gibt auch Gebäude, die gehen noch tiefer, sodass im Grunde das das Erdgeschoss, was man heute als Erdgeschoss bezeichnet, im Grunde schon der zweite Stock gewesen ist. Ja, ein sehr interessantes Thema sind die mysteriösen Brände in den Großstädten. Was hier auffällig ist, es sind ja hauptsächlich Steingebäude und es wird immer nur von Feuern gesprochen. Und wenn man sich die Verwüstungsspuren hier anschaut, kann man das nicht mit einfachen Feuern erklären. Vor allen Dingen diese Dinge hier nicht. Ich habe es mal mit den Pfeilen markiert, dass an den Steingebäuden so diagonale Schnitte zu finden sind an sehr vielen Stellen. Das macht normalerweise kein Feuer, als ob da mit einem Laser oder was auch immer die Mauer regelrecht durchgeschnitten wurde und zwar sauber durchgeschnitten wurde. Und man findet auch auf diesem unteren Bild die Bäume noch völlig intakt. Das heißt, die Feuer haben gewütet in den Gebäuden und die Bäume sind intakt. Und wer sich ein bisschen mit der Thematik auskennt, solche ähnlichen Bilder finden wir auch beim World Trade Center vom 11. September 2001. Das heißt, als die Gebäude in sich zusammengestürzt sind, findet man auch in der Nähe Bäume, die noch völlig intakt sind. Man findet aber auch gleichzeitig total pulverisierte Stahlträger und Beton oder auch geschmolzenen Granit im Fundament des Gebäudes. Das heißt, die herkömmliche Erklärung mit dem Brand, auch bei dem World Trade Center, kann nicht ausreichen, um diese Verwüstungsspuren zu erklären. Das heißt, hier müssen noch andere Ereignisse, Waffensysteme zum Einsatz gekommen sein. Das einfach nur mal zum Bedenken hier an dieser Stelle. Dann das große Thema Menschenlehre Großstädte im 19. Jahrhundert. Hier mal San Francisco und Toronto. Nahezu menschenleer. Und die Frage ist, wo sind die Menschen? Sind die alle mal kurz aufs Land gefahren? Natürlich nicht. Irgendwas muss passiert sein, dass die Menschen vielleicht die Stadt verloren, also evakuiert sind oder aus der Stadt geflohen sind oder was auch immer. Jedenfalls die Städte sehen nahezu leer aus. Vereint sind kann man Menschen sehen, aber im großen Stil eben nicht. Das gleiche auch hier in Moskau von 1867. Riesenstadt, keine Menschen. Dann eine Übersichtskarte über die sogenannten Meteoriteneinschlagskrater. Kann man hier sehr schön sehen, vor allen Dingen auch wo die sich hauptsächlich befinden, nämlich eben in Nordamerika und auch in Europa und Australien. Nur man muss eine Sache verstanden haben. Fast alle sogenannten Einschlagskrater auf der Erde und auch auf dem Mond, das ist nämlich das Interessante, sind nahezu kreisrund, anstatt auch elliptisch oder asymmetrisch zu sein. Und daraus folgt, dass alle sogenannten Meteoriten exakt senkrecht eingeschlagen sein müssen, was statistisch aber unmöglich ist. Das heißt, wenn man jetzt auf die Erde einen Gesteinsbrocken fallen lassen würde, aber die Erde dreht sich ja, dann kann der niemals senkrecht in den Boden einschlagen. Der wird immer irgendwie so eine Drift bekommen und dadurch schräg einschlagen. Das heißt, kraftelementarster Logik muss die Einschlagstheorie als vollständig widerlegt gelten. So. Dann kommt natürlich die nächste Frage, wie kann denn trotzdem so etwas, solche Krater entstanden sein? Und hierzu möchte ich mal Beispiele bringen. Hier zwei, drei Beispiele aus Russland, sogenannte Kreisseen oder Karstsehen, nahezu kreisrund. Und höchstwahrscheinlich ist die überwiegende Mehrheit dieser runden Seen und Krater sind das sogenannte Plasmabogen-Kontaktpunkte. Da wirst du dich gleich fragen, wieso Plasmabogen, was soll denn das sein? Naja, Plasmabogen, das Klassische kennst du, Blitze. Wenn man das jetzt aber auf eine etwas größere Ebene überträgt, ja, auf kosmische Ebenen, siehst du hier mal Lichtbogenentladungen. Und man hat auch zum Beispiel mal im Labor folgende Sachen gemacht. Man hat elektrische Entladungsbögen gezündet und hat im Grunde, sieht man auf der rechten oberen Abbildung, kraterähnliche Gebilde erzeugt, die auch mehr oder weniger kreisrund waren. Ähnlich wie wir es auf der Mondoberfläche sehen. Auf der Mondoberfläche haben wir noch den Umstand, dass alle Krater, also nicht nur kreisrund sind, sondern im Grunde alle die gleiche Tiefe haben. Was ja auch sehr unnatürlich ist, was also im Grunde auch wieder nahelegt, dass offensichtlich in einer bestimmten Tiefe der Mondoberfläche extrem hartes Material ist, was durch solche Einschläge kaum berührt werden kann. Oder aber tatsächlich die Oberfläche des Mondes, genauso wie die Oberfläche der Erde in Form der Krater, sind gar nicht durch Einschläge entstanden, sondern eben durch solche elektrischen Entladungsbögen. Ich möchte dir noch ein weiteres Kuriosum zeigen, nämlich den Grand Canyon in den USA. Da wird gesagt, die Entstehung Millionen Jahre durch den Colorado River, der quasi hier das Gestein weggespült hat und ausgewaschen hat und auf diese Art und Weise im Grunde dann diese Formation erzeugt hat. Wenn man sich das mal so von oben anschaut und auch mal auf sich wirken lässt, dann ist interessant, es gibt nämlich so eine Art von Formation nicht nur hier auf der Erde, sondern auch auf der Marsoberfläche. Nur dort ist sie etwa hundertmal größer. Und auch diese Formation erzeugt natürlich erstmal bei vielen ein Rätsel. Wie kann so etwas entstehen? Nach dem Motto, dann müsste es ja Wasser auf dem Mars geben, dass das alles ausgespült hat. Es gibt Wasser auf dem Mars, das ist richtig, aber es gibt auch eine andere Erklärung für diese Art von Formation. Nämlich auch hier wieder das Thema elektrische Entladungsbögen. Hier hat man mal auf Holz so eine Entladung gemacht und man kann sehr schön sehen, die Oberschicht, obere Schicht des Holzes ist total verkohlt und bildet auch so eine extreme Verästelungen, was letztendlich ja nichts anderes bedeutet oder ist, wie diese Verästelungen in diesem entsprechenden Tal, Vallee Marineris auf dem Mars. Ja, also die Ähnlichkeit ist frappierend. Also kommt jetzt eigentlich nur die Frage in den Raum, wer oder was hat solche Entladungsbögen erzeugt? Das müssen ja extrem starke Ströme gewesen sein, die hier Blitze und Plasmaentladungen erzeugt haben. Ob das ein Waffensystem war, ob das ein vorbeifliegender anderer Himmelskörper war, keine Ahnung. Aber es zeigt auf jeden Fall, dass diese Formationen wahrscheinlich in einem sehr kurzen Zeitraum entstanden sind und nicht durch Jahrmillionen ausgewaschen mit Wasser. Kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema, nämlich das Thema der sibirischen Wälder. Und zwar das Thema, dass diese sibirischen Wälder nicht älter als 200 Jahre sein können. Und um das hier zu demonstrieren, möchte ich dir jetzt mal Aufnahmen zeigen von der sogenannten Tunguska-Katastrophe. Tunguska ist eine Region in Sibirien, wo 1908 angeblich ein Meteorit eingeschlagen ist und hat große Teile verwüstet. Das ist jetzt nicht das Thema. Es gibt auch andere Erklärungen, die sagen, dass das mit einer sogenannten Skalarwaffe erzeugt wurde, die Nikola Tesla im Grunde auf der anderen Seite in Nordamerika zum Einsatz gebracht hat. Und das ist im Grunde dann das Resultat davon. Also es spielt jetzt mal keine Rolle, wie diese Bäume hier zum Umsturz und zum Verbrennen gebracht wurden. Viel interessanter ist, wenn man sich mal anschaut, wie groß die Bäume sind, wie dick die Stämme sind, dann fällt natürlich auf, weil das waren ja über mehrere hundert Quadratkilometer, die hier verwüstet wurden, dass das alles noch sehr junge Bäume sind. Dieser Wald, den man jetzt hier sehen kann, ist vielleicht höchstens 20 Jahre alt. So 20, 30 Jahre, wenn überhaupt. Und wenn wir uns jetzt im Jahr 1908 befinden, dann kann man ja zurückrechnen, da sind wir irgendwo bei 1890, 1880. Und wenn man noch weiter zurückgeht, es gibt noch andere Aufnahmen, dann sieht man, dass tatsächlich teilweise die Hänge komplett ohne Wald sind, mit ganz geringer Vegetation. Und was man heute von Sibirien weiß, es sind endlose Wälder. Aber diese Wälder, die Bäume, die man da findet, sind nicht älter als 200 Jahre. Also kommt wieder die Frage, wieso kann das so sein? Weil normalerweise die Bäume, die da wachsen, die können locker 800 Jahre alt werden. Also sibirische Zedern können 800 Jahre alt werden. Warum findet man so gut wie keine Zedern in dieser Alterskategorie? Offensichtlich, weil vielleicht vor 200 Jahren etwas stattgefunden haben muss, was die damalige Vegetation komplett weggebrannt hat oder irgendwie vernichtet hat. Sodass im Grunde erst damals die Bäume erst wieder neu wachsen konnten und im Grunde dann erst bis heute etwa 200 Jahre alt werden konnten. Ja, und dann haben wir noch das Thema der Höhlenhäuser. Hier mal zwei Beispiele. Einmal in China, richtig in den Berg eingebaut und einmal in der Türkei. Sie sehen im Grunde sehr schön aus, aber trotzdem muss man sich ja folgende Frage stellen. Welche plausiblen Grund kann es geben, dass Menschen über Generationen in solchen Höhlenhäusern leben? Eine mögliche Erklärung wäre, dass zum Zeitpunkt, als die Menschen sich in die Höhlen geflüchtet haben, so sage ich es jetzt einfach mal, dass die Oberfläche der Region, wo sie gelebt haben, einfach nicht bewohnbar war. Vielleicht war die verstrahlt, vielleicht war die komplett verwüstet, entvölkert, was auch immer. Also durch Kriegseinwirkungen, durch entsprechende Waffen, die sehr massive Schäden anrichten können, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss es ja einen Grund geben, weil normalerweise ist ja genug Platz auf der Erde, um sich da irgendwo anzusiedeln. Also warum sollte man plötzlich über Generationen dann in irgendwelchen Höhlen leben? Ziehen wir also mal ein zweites Zwischenfazit. Noch vor 150 bis 200 Jahren gab es eine vedisch-tatarische Weltunion ohne Länder. Es war eine globale Zivilisation, deren technische Entwicklung der unseren ähnlich war. Das heutige satanische System hat das vorherige, also das vedisch-tatarische, erobert und systematisch zerstört. Die Gebäude einheitlichen Baustils, die wir noch überall auf der Welt finden können, sind die Überreste dieser früheren vedisch-tatarischen Zivilisation. So kommen wir zur nächsten Frage. Welche bekannten historischen Ereignisse waren höchstwahrscheinlich nur Teil Schlachten des verschwiegenen Weltkriegs von 1800? Man muss wissen, um die Zeit von 1800 herum, also plus minus einige Jahrzehnte, sage ich jetzt mal ganz großzügig, haben sehr viele Kriege, Auseinandersetzungen stattgefunden. Und die jetzt mal in einen Kontext zu bringen, das ist das Interessante dabei. Zum Beispiel gab es den sogenannten Pugatschow-Bauernaufstand, Bauern in Anführungszeichen tatsächlich, in Russland in der Zeit zwischen 1773 und 1775. Oder der sogenannte Erste US-Unabhängigkeitskrieg, hatte ich ja schon gesagt, wo also im Grunde die US-Tataren gegen die Koalition aus USA und Großbritannien gekämpft haben. Und in dieser Zeit des Krieges fand dann auch gleichzeitig noch die Gründung der USA statt. Und interessanterweise zur gleichen Zeit, nur in einer anderen Gegend, nämlich in Bayern, die Gründung des Bayerischen Illuminatenordens, auch im gleichen Jahr, am 1. Mai. Dann haben wir das Napoleon-Zeitalter und die Befreiungskriege, also wo es im Grunde darum ging, Europa in eine völlig neue Ordnung zu bringen. Und Napoleon-Russland-Invasion 1812. Also da gab es also den Krieg zwischen Europa, wenn man so möchte, also Europa, was hinter Napoleon stand, und Groß-Tatarien. Dann gab es den sogenannten zweiten US-Unabhängigkeitskrieg, auch in dieser Zeit. Dann gab es den sogenannten Wiener Kongress zur Neuordnung Europas, also der Versuch im Prinzip, eine neue Struktur schon zu erschaffen. Also man könnte sagen, im Grunde den Keim für die neue Weltordnung schon zu legen. Und dann gab es das Jahr ohne Sommer mit weltweiter Abkühlung, wo man vermuten könnte, dass es hier die Folge eines globalen atomaren Krieges war. Dann die menschenleeren Großstädte weltweit, auch groß entvölkerte Regionen, gerade in Asien und in Nordamerika. Und dann der sogenannte US-Sezessions- oder Bürgerkrieg, wo höchstwahrscheinlich Reste der US-Tatan in Form der Konföderierten gegen die Nordstaaten gekämpft haben und dann aber auch verloren haben. Und man muss vielleicht auch noch sagen, das Interessante ist ja, die USA wurden 1776 gegründet, aber 1492 offiziell angeblich entdeckt. Man könnte auch sagen, wiederentdeckt. Das heißt, die liegen etwa 300 Jahre dazwischen. Genauso ist es auch interessant, dass die Westküste der USA im Prinzip erst durch die Lewis-Clark-Expedition 1806, glaube ich war das, oder 1803, erreicht wurde. Das heißt, die Frage, warum ist man da nicht schon längst früher hingegangen? Einfach mal so. Vielleicht, weil da schon welche gelebt haben, die was dagegen hatten. Und das sind alles so Hinweise, die uns sagen, irgendetwas muss gerade im Gebiet vom Nordwesten der USA anders gewesen sein, weil wir da mittlerweile auch die großen Wüstengebiete finden, als es uns offiziell gesagt wird. Und jetzt gucken wir uns nochmal die Hauptkriegsgebiete an von diesem Weltkrieg. Und es passt im Grunde auch sehr gut mit den sogenannten Meteoritenkratern. Da, wo man also am häufigsten von diesen Kratern findet, in Anführungszeichen Kratern, wahrscheinlich wurden da die entsprechenden sehr fortschrittlichen Waffensysteme eingesetzt. Also das heißt, wir haben hier die Hauptgebiete in Europa und Russland, also Eurasien, also vor allen Dingen dann auch der Übergang nach Sibirien, also alles, was hinterm Ural ist. Nordamerika, ganz klar, da wurde sehr offensichtlich massiv gekämpft, aber eben auch zum Beispiel in Australien und dann natürlich versprenkelt auch in anderen Regionen. Aber so die Hauptkriegsgebiete waren im Grunde Europa, Nordamerika und Russland. Ja, jetzt wird es wirklich spannend. Mit welchen Arten von materiellen Waffen wurde dieser verschwiegene Weltkrieg von 1800 vermutlich ausgetragen? Fangen wir mal mit den konventionellen Sachen an. Also klassische Schusswaffen, Kanonen, Sprengstoffe, was wir so uns noch irgendwie vorstellen können. Und zwar auch für diese Zeit. Aber wir müssen sehr stark davon ausgehen, und das ist jetzt für die meisten eine echte geistige Herausforderung, dass man in der Zeit bereits sehr fortschrittliche Waffensysteme zur Verfügung hatte. Also sogenannte direkte Energie- oder Strahlenwaffen, die ausgehend von Satelliten, Schiffen, Flugschiffen, Fluggeräten, was auch immer, Raumstationen abgefeuert werden können. Wir reden also von Lasern, Plasmakanonen, aber auch Plasmaentladungen. Also was ich dir im Zusammenhang mit der Kraterentstehung gezeigt habe. Auch sogenannte Mikrowellenwaffen, Partikelstromwaffen, Ultraschallwaffen und sogenannte Skalarwellenwaffen. Es muss auch sowas wie Wetterwaffen schon gegeben haben, mit denen man im Grunde künstlich Fluten erzeugen kann, Hurrikane, aber eben auch Erdbeben. Also sogenannte ELF, also Extrem Low Frequency Wellen, also niedrige Frequenzwellen, Radiowellen. Wir kennen das von den sogenannten HARP-Anlagen, aber eben auch Skalarwellen, mit denen man genauso auch Einfluss aufs Wetter und die Entstehung von Erdbeben nehmen kann. Wahrscheinlich auch Kernwaffen, Neutronenbomben und vielleicht sogar auch noch völlig andere, unbekannte, aber sehr fortschrittliche Waffensysteme. Und das ist die Herausforderung, das quasi jetzt mit dem herkömmlichen Geschichtsbild in Eingang zu bringen. Geht nicht, weil unsere Vorstellung ist ja die, dass solche Waffensysteme, wenn überhaupt, erst in der heutigen Zeit zur Verfügung standen und nicht schon vor 200 Jahren oder vielleicht sogar gar noch früher. Das passt irgendwie nicht. Und trotzdem muss es so etwas gegeben haben, weil sonst kann man sich nicht diese enormen Verwüstungsspuren erklären. Und ich möchte jetzt mal ein bisschen genau auf das Thema der Skalarwaffen hier eingehen. Vielleicht noch mal vorab erstmal, was ist überhaupt Skalarenergie? Skalarenergie ist das ganze Vakuum des Universums ausfüllende Energieform. Du kennst das vielleicht unter den Begriffen wie Freienergie, Tachionenergie oder Nullpunktenergie. Und Skalarwellen sind dann sogenannte Longitudinalwellen. Das siehst du hier auf der linken Abbildung. Also sogenannte Druck- oder Kompressionswellen im Gegensatz zu den herkömmlichen Transversalwellen. Also die so hin und her schwingen, die jetzt im Einsatz sind, wenn wir über Handy oder Radio, Funk, TV und sowas sprechen, Mikrowellen. Das sind sozusagen Transversalwellen. Und Skalarwellen sind Longitudinalwellen. Und jetzt kommt das. Skalarwellen sind in der Lage, durch jede physikalische Substanz unentdeckt hindurchzulaufen. Das heißt, kompakte Erde, das Wasser spielt überhaupt keine Rolle. Es ist nahezu widerstandslos, dringt sie da einfach so durch. Und mit der von Nikola Tesla wiederentdeckten Skalartechnologie, das ist der entscheidende Punkt, wiederentdeckt, lassen sich Energien verlustfrei und drahtlos übertragen. Das wäre quasi die Befreiung der Menschheit von den Ölmonopolen. Das wäre der Bereich der friedlichen Nutzung. Aber es lassen sich mit der gleichen Energieform auch extrem gefährliche Skalarwaffensysteme erschaffen, und die verheerende Auswirkungen haben können. Weitaus schlimmer als Atombomben. Wenn es die überhaupt in der Form gibt, muss man dazu sagen. Denn welche Effekte können wir mit Skalarwaffensystem erzeugen? Das ist erschreckend. Wir können nämlich auch nukleare Zerstörungen damit erzeugen. Künstliche Erdbeben, Hurrikane, Flutwellen, und zwar eben lokal begrenzt. Wetterbeeinflussung verursachen weiträumiger, intensiver Hitze, zum Beispiel Dürreperioden, aber auch das Gegenteil davon, sofortiges Einfrieren von Lebewesen aus großen Distanzen, also Schocke frieren. Auslösung von Krankheitsepidemien durch Einprägung der Signatur der Krankheit direkt in die Zellen. Also man gibt sozusagen die Informationen direkt in die Zellen rein. Induzieren hypnotischer Gedankenkontrolle kann man also auch flächendeckend Menschen beeinflussen. Erzeugung von Symptomen, wie sie bei chemischen oder biologischen Vergiftungen auftreten, lähmen oder sofortiges Töten aus großer Entfernung. Unvorstellbar. Wie erreicht man das? Indem man im Grunde zwei Skalarwellenstrahlen miteinander kombiniert, sie also zur Überkreuzung bringt. Dadurch entstehen sogenannte energetische Schutzschilde. Man spricht auch von sogenannten Tesla-Schilden oder Tesla-Domen, die man erzeugen kann. Und damit können auch ankommende Raketen und Flugzeuge komplett zerstört werden. Man kann damit im Grunde ganze Regionen abschirmen. Und im Übrigen, die Russen sind in diesem Gebiet führend, weltweit führend. Ja und mit solchen Energiezonen, die man im Grunde durch diese Überlappung dieser verschiedenen Skalarwellenstrahlen erzeugt, wenn man diese Zonen zum Beispiel in die Erde verlagert und sie dann vielleicht in einer Tiefe von mehreren Kilometern zur Überlagerung bringt, lassen sich gezielt Erdbeben erzeugen und in großen Gebäuden nuklearartige Exklusionen auslösen. Das bekannteste Beispiel ist das World Trade Center, die Sprengung. Das heißt, hier muss so eine Skalarwaffe zum Einsatz gekommen sein. Vielleicht in Kombination mit einer Atombombe, die in der Tiefe unterhalb des Gebäudes gezündet wurde, die sich ja in einem Granitsockel befand. Aber die oberirdischen Zerstörungen, die man sehen kann, nicht nur an den beiden Hochhäusern selber, sondern auch an den anderen Häusern rumherum, sprechen sehr dafür, dass hier eine Skalarwaffe oder eine Energiewaffe direkt zum Einsatz gekommen ist. Ob sie nun von einem Satelliten oder von einem anderen Ort unterirdisch ausgelöst wurde, schwer zu sagen. Aber die Verwüstungen an der Oberfläche sprechen sehr dafür. Und auch hier muss ich mal wieder sagen, das ist nichts Neues, denn die alten Veden schreiben auch letztendlich schon über solche Waffensysteme. Das heißt, die Frage, was steht in den Santia-Veden von Perun über die Waffen der Eindringlinge? Da steht folgendes. Sinnlose Kriege werden Millionen Menschen das Leben kosten zugunsten der Fremdländer. Je mehr Kriege und Tote unter den Menschenkindern, umso mehr Reichtümer werden die Gesandten der Dunkelmächte erhalten und werden mehr Einfluss auf den Verstand, also das Bewusstsein, viele der großen Rasse bekommen. Um ihre Ziele zu erreichen, werden die Dunkelmächte auch Faschzerstörer einsetzen. Und das sind so eine Art thermonuklearen oder eben auch Skalarwaffen. Und todbringende Feuerpilze werden über Midgard-Erde aufsteigen. Der allwissende Perun antwortete ihnen, wisst ihr Wächter der Zwischenwelt-Tore. Im Swarga findet große Assa statt, also Assa ist ein Krieg. Und diese Zwischenwelt-Tore sind im Grunde die Sterntore, mit denen man zwischen den Welten reisen kann. Jetzt kommen die verschiedenen Sternsysteme. In Markosch, in Rada, in Svata und in Rasse findet zurzeit ein großer Krieg statt, mit einem fremdländischen Herr der Hölle. Die hellen Götter der Pravi-Welt haben sich auf eine grausame Schlacht eingelassen. Sie verteidigen die große Zwarga und säubern die Welt, eine Sternengruppe nach der anderen, von den Kriegern der Finsternis, die aus der Dunkelwelt kommen. Kriege der Götter. Wobei hier man sagen muss, die Götter kämpfen hier gegen die Dämonen, wenn man so möchte. Kriege der Götter ist ja im Prinzip, wenn die Menschen gegeneinander aufgehetzt wurden durch Teile, Hetze gegeneinander und Beherrsche. Jetzt kommt was sehr Interessantes. Jetzt ist Troara, also es ist eine bestimmte Erde gewesen, unbewohnt, ohne Leben. Der viele Tore kreist, also diese Sterntore, wurde in Stücke zerrissen. Auf viele Nadeln sind die Berge gestürzt und die Asche der Feuerbrunst liegt sieben Klafter hoch. Klafter, zur Erinnerung, ist ein uraltes Maß, ein slawisches Maß der Länge und sieben Klafter entsprechen hier 15 Metern Höhe. Vielleicht ist das der Hinweis auf sowas wie eine Schlammflut. Genauso ein Bild, trauriges und verzagtes, habe ich in Aquin auf der Ruta-Erde gesehen, die früher im hellen Markosch leuchtete. Die Tore der Zwischenwelten geschmolzener Stein. Also extreme Hitze muss ja auch irgendwo zum Einsatz kamen. Die himmlischen Nadeln zu Staub zerfallen. Überall Ruinen der großen Heiligtümer und zerstörte Burgen. Von den starken Feuerflammen, die von Ruta bis zum Himmel stiegen. Bis zum Himmel stiegen. Also auch da muss man sich überlegen, das können wahrscheinlich auch welche thermonukleare Sprengungen gewesen sein. Flammen, die bis zum Himmel stiegen. Es gibt kein Leben mehr auf dieser Erde ohne Sonne. Auch keine Pflanzen, keine Vögel, keine Tiere. Nur der Wind trägt die Asche durch die Täler und schüttet die Bergschluchten zu. Traurig und still ist es in dieser Ruinenwelt, wo früher überall das Leben zu Hause war. Der Faschzerstörer und vermutlich eine Skalarwaffe hat die Flüsse und Meere verdampfen lassen und der Himmel wurde von schwarzen Wolken verhüllt. Durch die undurchdringlichen Schwefelnebel kommen die Lichtstrahlen nicht durch. Niemals wird das Leben wieder in diese Welt zurückkehren. Das Gleiche ist mit vielen Erden passiert, wo die Feinde aus den Dunkelwelten gewesen sind. Sie wurden angelockt von den Reichtümern und Bodenschätzen dieser wunderschönen Erden. Als diese sich mit Schmeicheleien das Vertrauen der Bewohner erschlichen hatten, also die typische Taktik am Anfang, haben sie die Menschen gegeneinander aufgehetzt, also Hetze gegeneinander. So wurden in diesen Welten die Kriege geboren. Und hier noch abschließend. Nachdem die Kriege beendet waren, wurden die restlichen Lebenden mit Zyran bestrahlt. Und die Menschen verloren ihr Bewusstsein und den freien Willen. Also hier wurde auch wieder mit Skalarwellen wahrscheinlich gearbeitet, denn damit kann man das Bewusstsein der Menschen beeinflussen. Und nach dem Befehl der fremdländischen Feinde haben sie für diese die Reichtümer und Bodenschätze gefördert. Wenn auf diesen Erden keine Reichtümer mehr übrig und die Bodenschätze bis zum Limit ausgeschöpft waren, dann haben diese Diebe alle Menschen vernichtet und alles abtransportiert, was sie auf diesen Erden gewonnen haben. Zu den Planeten, von denen die Fremdländer verjagt wurden, zu diesen haben sie Faschzerstörer geschickt. Das heißt also, dieses Zyran ist im Grunde auch wieder eine Bewusstseinsmanipulation. Im Grunde auch wieder eine Art von Informationswaffe, die hier eingesetzt wird. Man kann ja Menschen hypnotische Gedankenmuster implantieren und auf diese Art und Weise natürlich auch manipulieren. Ja und abschließend noch das wichtige Thema, welche Folgen haben Großkatastrophen im Sinne eines kollektiven Traumas auf die Entwicklung der menschlichen Gesellschaft? Weil das ist ja das, was wir im Grunde haben. Wir sind alle traumatisiert, denn wir haben ja im Grunde, wir sind die Nachfahren der Menschen, die diese schlimmen Dinge erlebt haben. Traumata infolge globaler wie auch lokaler Großkatastrophen und die daraus resultierende kulturelle oder kollektive Amnesie sind ein wichtiges Phänomen, welches es bei der Betrachtung der gesamten zyklischen Menschheitsgeschichte zu verstehen gilt. Ja, also die herkömmliche Geschichtsschreibung geht von einer Kontinuitätstheorie aus. Alles hat sich gleichmäßig entwickelt, aber die Ruinen, die Überbleibsel, die Hinweise, die man weltweit finden kann, zeigen, dass es hier wirklich heftigste Katastrophen gegeben haben muss. Und dass diese Katastrophen noch gar nicht so lange her sind, finde ich persönlich am meisten erschreckend. Nach Großkatastrophen wollen Menschen die schrecklichen Erlebnisse meist so schnell wie möglich wieder vergessen und einfach nur zur Normalität zurückkehren. Dies ist ein natürlicher Verdrängungsmechanismus der traumatisierten Psyche. Einfach nur verständlich. Für dieses Vergessen zahlen die Menschen aber einen hohen Preis, denn sie verdrängen dadurch nicht nur große Teile ihres Lebens und das ihrer Vorfahren, also sprich ihre eigenen Wurzeln, sondern leben infolgedessen auch in tiefer Unwissenheit, wodurch sie wiederum leicht durch den Einfluss der Dunkelmächte manipuliert werden können. Und das wird dann im Grunde schamlos ausgenutzt. Durch die Erfindung einer neuen Geschichte vor der Großkatastrophe und für die ersten Generationen danach gelang es den satanischen Machthabern, den Schock zu überdecken und ein Bewusstsein von Kontinuität und himmlischer Gesetzmäßigkeit zu erzeugen. Nur auf diesem Boden konnte mit Beginn der Industrialisierung die satanische Weltordnung innerhalb von wenigen Jahrzehnten durchgesetzt werden und so uns allen den Blick auf die wahren Ereignisse, und wir reden hier vom Untergang der alten wederstatarischen Weltordnung, vernebeln. Sonst wäre es nicht so einfach möglich gewesen. Denn was passiert, wenn ein Mensch traumatisiert wurde oder eine Gesellschaft traumatisiert wurde? Ganz einfach. Wir durchlaufen ja gemäß dem Gesetz der Entwicklung verschiedene Entwicklungsphasen, ausgehend vom Kleinkind oder vom Babysäugling über das Kleinkind zum jungen Erwachsenen bis hin zum Erwachsenen. Und auf diesem Entwicklungsweg, auf diesem Reifeprozess, können natürlich verschiedene traumatische Erlebnisse stattfinden. Und ich gebe dir mal Beispiele, was typische Trauma auslösende Situationen sein können. Und zwar nicht nur fürs Individuum, sondern auch für die gesamte Gesellschaft. Klar, einmal das Thema schwere körperliche, psychische Gewaltanwendung. Und man muss auch sagen, je früher diese Traumata gesetzt werden, desto schwerwiegender wirkt sich das auf den Rest des Lebens aus, wenn man es denn überlebt. Sexueller Missbrauch, ritueller Missbrauch, Drogenanwendung. Und dann aber eben auch das große Thema Todesangst infolge von Kriegen und Großkatastrophen. Also wenn man an diesen Ereignissen teilnimmt und dabei zum Beispiel auch die eigenen Eltern verliert, Geschwister, Freunde, wenn man sieht, wie die vor den eigenen Augen umkommen. Aber auch sonstige, die eigenen Grundbedürfnisse verletzten Situationen. Alles, was uns in unserer Menschlichkeit beeinträchtigt, in dem, was ein Mensch normalerweise an Grundbedürfnissen hat, auch das wirkt traumatisch. Und die Frage ist jetzt, in welchem Alter trifft das Trauma auf diesen heranreifenden Menschen oder diese heranreifende Gesellschaft. Und je nachdem, wann das passiert und wie schwerwiegend die Traumata sind, desto früher oder später kommt es dann zu entsprechenden Reifestopps. Das heißt, der Entwicklungsprozess verläuft dann nicht mehr gleichmäßig, sondern der Körper mag vielleicht noch weiter ausreifen, aber die Psyche, die bleibt quasi an dieser Stelle wie eingefroren stehen. Und auf diese Art und Weise haben Menschen mit solch einem Reifestopp im Grunde eine innere Erlebnis- und Gefühlswelt wie ein Kind oder Jugendlicher, je nachdem, in welchem Alter das passiert ist, und zeigen dann im Grunde trotzdem, dass sie biologisch ausgereift sind, erwachsen sind, auch wieder eigene Kinder haben können, zeigen sie trotzdem in bestimmten Situationen, die auch irgendwie als Auslöser für diese, man könnte sagen, Reinszenierung des Traumas verantwortlich sind, zeigen sie ein entsprechend unreifes oder auch wenig verantwortungsbewusstes Verhalten. Schauen wir uns die heutige menschliche Gesamtgesellschaft an auf der Welt, dann müssen wir sagen, dass wir uns tatsächlich von unserem Bewusstseinsniveau und von unserem Verantwortungsgefühl tatsächlich auf einem sehr kindlichen Niveau befinden, dass wir wirklich dem Motto folgen, nach uns die Sintflut, wir unbarmherzig die Ressourcen ausbeuten, ohne schlechtes Gewissen zu haben. Das zeigt wirklich diesen gelebten Egoismus in ausgeprägter Form. Und das ist natürlich dann auch gefährlich für die Entwicklung der Gesellschaft, denn damit schneiden wir uns quasi selber den Ast ab, auf dem wir uns befinden, denn wir denken ja nicht an die Folgegeneration, an deren Bedürfnisse und damit die auch genügend Ressourcen zur Verfügung haben, sondern wir denken nur an uns. Und das ist gefährlich. Und aus meiner Sicht ist Traumatherapie nichts anderes, als dass man sich der Traumata erstmal vollumfänglich bewusst wird. Und das könnte man auch als sogenanntes Wiedererwachen bezeichnen, denn das ist das, was ich persönlich unter dem Aufwachprozess verstehe. Das heißt also, wir selbst als Menschen, davon gehe ich auch aus, wir sind sehr stark, wir werden auch das überwinden, wir werden daraus gestärkt hervorgehen über mehrere Generationen aus diesen schweren Traumata, die wir als Menschheit, als Kollektiv erlebt haben, keine Frage. Wenn also unsere Gesellschaft ohne Kriege oder Katastrophen stabil bleibt, werden sich die Menschen langsam, aber stetig von der kollektiven Amnesie befreien und sich so an die Ereignisse vor den Katastrophen zurückerinnern. Und darum geht es. Nur auf diese Art und Weise schaffen wir es, wieder Anschluss zu bekommen an unsere eigenen Wurzeln. Das heißt, die Überwindung und Verarbeitung dieser Kollektiv-Traumata, das ist der wahre Aufwachprozess der Menschheit. Und alle reden ja davon, dass wir uns derzeit in einem globalen Aufwachprozess befinden, das ist richtig, aber was heißt das konkret? Ja genau das, dass wir uns bewusst werden, was vielleicht erst vor 150 oder 200 Jahren kollektiv hier für ein schweres Katastrophenereignis stattgefunden hat und wir uns klar machen, dass wir davor kulturell, technologisch, spirituell wesentlich weiter waren in unserer Entwicklung. Wenn wir uns das bewusst machen, vollumfänglich bewusst, das auch richtig fühlen, diese Verbindung, dann werden wir wach. Dann kommen wir aus der schweren Amnesie langsam wieder raus und können tatsächlich aus dieser Situation, aus diesem traumatischen Erlebnis gestärkt hervorgehen. Und das werden wir auch als Menschheit gemeinsam schaffen. Okay, das war jetzt ein etwas umfassenderer und längerer Teil, aber dieser Teil war wichtig, um die weiteren Teile noch besser verstehen zu können. In diesem Sinne danke ich dir für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder im nächsten, im fünften Teil. Bis dahin. Wir sehen uns bei uns官atische Kunst und inclinierenen. Hatsache. 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 Vielen Dank.